Der Teppichweber Eine Erzählung von Anna Schaap In einem engen Winkel zwischen dem Orgelgehäuse und den letzten Bänken der Empore saß Georg Alding. Er hatte den Rücken gekrümmt und die Beine hochgezogen, sodass die Knie fast das Kinn berührten. Mit heruntergebeugtem Kopf und in unbequemer Stellung war er trotzdem derart in sein Buch vertieft, dass er alles um sich vergaß. Später sollte er das Vesperleuten besorgen und füllte die Zeit bis dahin mit Lesen aus. Der 15-Jährige hatte sich ein merkwürdiges Buch gewählt, Missionsbilder aus Afrika. Bis zu seinem 12. Lebensjahr las Georg Indianerbücher und ihren Inhalt hielt er für wahr, bis ihn eines Tages jemand darüber aufklärte, dass die Bücher meist erfundene Geschichten erhielten, die keinen Wert besäßen. Da warf er das letzte Buch in eine Ecke und suchte nach etwas Wertvollerem. Wieder leitete ihn sein eigenwilliger Geschmack in die Ferne, so war er auf Missionserzählungen gestoßen. Er hatte Berichte aus den verschiedenen Erdteilen gelesen und nun fesselten die Missionserzählungen aus Afrika sein ganzes Denken. Im Geist erlebte er die Reisen der Missionare mit, und in seinem Herzen wurde der Wunsch wach, es einmal diesen Männern gleich zu tun. Er wollte, wie sie, zu den Heiden hinausziehen und ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus bringen. In ihm regte sich die Begeisterung, wie sie für die Jugend typisch ist, die den tiefen Ernst noch nicht fasst, der hinter solchen Träumen liegt. Schon manches Mal hat er in der Kirche hier gesessen und Luftschlösser gebaut. Das Sonnenlicht lag grell auf den Bänken und über der reich geschnitzten Vorderwand der Orgel. Es blendete den Jungen nicht, die Seidenwand der Bank hielt ihn im Schatten. Immer mehr versenkte er sich in die Wunder seines Buches, sein Kopf glühte, mit Ungeduld hastete er über die Seiden. So überhörte er, dass unten die Kirchentür geöffnet wurde. Zwei Männer kamen herein und stiegen die Treppen herauf. Sie unterhielten sich eifrig. Vor der Orgel blieben sie stehen. Jetzt erst wurde Georg auf die Männer aufmerksam. Der eine war Kroneisen, der Ortspfarrer, und der andere sein Schwiegervater, ebenfalls ein Pfarrer. Georg wäre gerne hervorgetreten. Er liebte den freundlichen alten Herrn, der öfter in das Pfarrhaus zu Besuch kam. Aber er schämte sich, dass er das nicht sofort getan hatte und drückte sich deshalb tiefer in den Schatten, den Atem anhaltend. Wenn die beiden die Orgel öffneten, um zu spielen, und einer der Herren zu den Blasebalgtritten ging, würden sie Georg entdecken. Zum Glück hatte der Pfarrer den Schlüssel vergessen, wie er soeben sagte. So blieben die Männer vor der Orgel stehen und betrachteten eingehend die neu hergerichtete Vorderwand. »Sieh dir einmal die Rose an«, sagte der Pfarrer, »franz Fernet hat sie geschnitzt. Er hat zu allem geschickt. Er war letzte Woche hier, um Abschied zu nehmen. Er reist in vierzehn Tagen. Du hättest seine Begeisterung hören sollen. Er riß mich ordentlich mit, dass ich selbst fast Lust bekam. Du? Und dein krankes Kind? Ach ja, ich weiß. Ich sage es ja nur so, aber man kommt sich ja ganz klein vor, wenn man ein solches Opfer sieht. Vielleicht braucht er das, weil er das außergewöhnlich überhaupt braucht. Vielleicht wäre hierbleiben und stillsein das größere Opfer für ihn. Aber bedenke doch nur, was er aufgibt. Gewiss, ich bedenke es. Ein Opfer bleibt es alle Wege, aber er wird das erst erkennen, wenn er draußen ist. Ich meine nur, es könnte doch auch vorkommen, dass das Hierbleiben das Schwerere ist. So denken wenige. Allerdings, ich meine überhaupt, wir Christen sollten nicht so viel vom Opfern reden. Es klingt nicht fein in unserem Mund. Es liegt keine Liebesfreude darin. Es ist so etwas Griesgrämiges und Säuerliches dabei. Wer sich Golgatha wirklich recht angeschaut hat, wird kaum so rasch in Versuchung geraten, von seinen Opfern um des Herrn Willen zu sprechen. Unwillkürlich wandten sich die beiden Männer dem Chor der Kirche zu, wo auf dem Altar ein altes aus Rosenholz geschnitztes Kreuz stand. Sie schwiegen beide. Durch die Stille hörte man deutlich, dass jemand unten den Schlüssel in das Schloss steckte und eintrat, als er die Tür nicht verschlossen fand. Gleichzeitig holte die Turmuhr zum Schlag aus. Nach dem letzten Schlag setzte sich die Glocke zum Vesperleuten in Bewegung. Georgs Vater, der den Jungen nirgends hatte finden können, war selbst gekommen, um das Leuten zu besorgen. Der Schuldige saß indessen oben in seinem Winkel und wagte nicht mehr, sich bemerkbar zu machen. Bei den ersten Glockentönen verließen die zwei Männer die Empore. Auf dem letzten Treppenabsatz blieben sie stehen und betrachteten den Läutenden. Georg, der ihnen nachschlich, um den Augenblick des Henausschlüpfens nicht zu verpassen, damit er nicht in die Kirche eingeschlossen würde, stand oben hinter dem Treppenpfeiler. Als die letzten Klänge verhalten und das Seil noch zweimal klatschend am Boden aufschlug, hustete Georgs Vater heftig. In der leeren Kirche hallte es hohl und unheimlich wider. Georg, der sein Vater oft husten hörte, war das noch nie so erschreckend aufgefallen wie jetzt. Auch die zwei Herren hielten sich darüber auf. »Sie haben einen bösen Husten, Alding«, sagte der Pfarrer, »der Staub beim Weben ist nichts mehr für Sie.« »Ich weiß wohl, aber ich habe keine andere Wahl.« »Manchmal denke ich, Ihr Georg könnte Ihnen ein wenig mehr helfen. Er ist doch jetzt aus der Schule.« »Sie haben gewiss recht, Herr Pfarrer, aber der Staub, von dem Sie reden, wird für den Buben auch nicht sein. Und dann, er hat etwas ganz anderes im Sinn.« »Was denn, Alding? Das Lesen. Sehen Sie, in Ihren Kreisen ist es so, dass man den Sohn fragt, was er werden will. Aber bei uns armen Leuten wird nicht lange gefragt. Da heißt es eben, der Sohn muss treiben, was der Vater auch getrieben hat, auch wenn der Sohn keine Lust dazu zeigt, und auch wenn er von klein an gesehen hat, dass der Verdienst nie recht zum Leben reicht. Wie lange wird's noch gehen? Dann sitzt Georg hinter dem Webstuhl, wie ich dahinter sitze. Warum soll ich ihm jetzt nicht, solange es noch geht, das bisschen Freude gönnen, woran sein Herz hängt?« »Was möchte der Junge denn werden, Alding?« »Ach, Herr Pfarrer, es ist ja ein unsinniges Wünschen. Aber die Jugend überlegt solche Dinge nicht. Er möchte Missionar werden. Da hätte er mehr lernen müssen. Ich weiß das. Aber so etwas überlegt der Junge in seinem Eifer nicht. Tag und Nacht träumt er vom Missionsdienst, und bei jeder Gelegenheit spricht er mit seinen Geschwistern darüber.« Der Pfarrer überlegte einen Augenblick. »Ich will Ihnen einen Vorschlag machen, Alding. Schicken Sie den Jungen zweimal in der Woche zu mir, daß ich ihn ein wenig unterrichte. Dann werden wir ja sehen, was sich tun lässt, wenn er das Alter hat, um in eine Missionsschule einzutreten.« Vater Alding fand nicht genügend Dankesworte. Er wurde dabei ständig von seinem Hüsteln unterbrochen. Dann verließ er die Kirche. Die beiden Männer gingen langsam durch das Langschiff zur Sakristei. »Da hast du einen, der sein Leben verschenkt. Mehr vielleicht als der Sohn, der einst, wenn du ihm bei der Erfüllung seines Herzenswunsches geholfen hast. Hätte ich es nicht versprechen sollen? Warum nicht? Etwas lernen schadet niemandem. Das Leben wird ihm dann schon zeigen, wie er es zu verwerten hat. Nur muß man ihn lehren, daß es nicht augenblickliche Begeisterung, sondern die Stimme des Gewissens, die Stimme des Herrn ist, nach der allein sich das Leben zu richten hat.« Dann sprachen sie von anderen Dingen. Und bemerkt schlicht Georg Alding hinaus. In seinem Herzen regte sich ein Gefühl, als ob er jetzt den alten Herrn weniger liebe als früher. Er stieß sich an der Wahrheit, aber das Körnlein fiel trotzdem in seine Seele, um dort langsam zu keimen. An der Längsseite des Pfarrhauses lag ein Vorgarten, an dem sich vom Haus verdeckt der große Garten im rechten Winkel anschloss. Während im Garten Gemüse, Salat und sonst allerlei Nützliches gepflanzt wurde, standen im Vorgarten nur Blumen, Stiefmütterchen mit großen herausfordernden Gesichtern, weißleuchtende Begonien und große blühende Glockenblumen, lauter Pracht für das Auge, für den Fremden, der vorbeiging. »Nichts für uns«, sagte die Pfarrfrau, der sich in früher Morgenstunde da aufhielt, um die Beete vom Unkraut zu säubern. Gegen die Straße war dieses stolze Blumenrecht durch ein Gitterwerk abgeschlossen. Wer mit aufmerksamen Sinnen durch das Tor kam, staunte über einen merkwürdigen Laut, der nach dem Ächzen der Angeln und dem Glirren in der in das Schloss zurückfallenden Tür noch zu hören war. War es eine Kinderstimme aus dem Garten oder das Echo, das sich an der Hausecke oder sonst wo fing? Die Eingeweihten kannten den Laut und wussten ihn zu deuten. Georg Alting folgte diesem Laut durch die lachende Blumenpracht und um die Ecke. An der sonnigen Hauswand, doch durch ein von Reben übersponnenes Vordach geschützt, stand ein Lehnstuhl, in dem ein Junge saß. Nach den langen, dünnen Gliedern zu schließen, mußte er zwölf bis vierzehn Jahre alt sein, aber das breitefaltige Gesicht glich dem eines Kreises. Man erkannte sofort, daß hier der Geist nicht mit dem Körper gewachsen war und die unmelodische Stimme bestätigte die Vermutung. Georg Alting ging mit raschen Schritten auf den Kranken zu, der ihm mit weit geöffneten verlangenden Augen entgegensah. Er legte dem Jungen zum Gruß die Hand auf das wollige, lockige Haar und marr, so hieß er, lallte und sprudelte die sonderbarsten Töne der Freude hervor. Georg Alting verstand diese Laute zu deuten. Er war der Älteste von zehn Geschwistern und hatte, seitdem er denken konnte, Kinder auf den Knien geschaukelt und Kinder plaudern und lachen in allen Entwicklungsstufen gehört und beantwortet. Er antwortete auch jetzt mit Ja, mit Nein, mit Kopfschütteln, mit Lachen, mit einer Handbewegung oder sonst einer Gebärde. Die beiden verstanden sich gut. Georg hatte das versprochene Spielzeug in der Tasche, einen kleinen aus einer Rübe geschnitzten Hampelmann mit einem mächtigen grünen Haarbusch auf dem kleinen gelb-roten Schädel. Die beiden lachten darüber und stellten den Wicht auf den Kopf oder ließen ihn über eine Anzahl aufgereihter Kieselsteine marschieren und sie hatten ihren kindlichen Spaß dabei. Die Pfarrfrau konnte von ihrem Nähtisch am Fenster des Wohnzimmers aus die beiden beobachten. Sie musste unwillkürlich ihr Kind mit dem kräftigen Georg Alting vergleichen. Das Leid, das ihr langsam das Herz brechen wollte, verschärfte sich in diesem Augenblick und Neid überschattete ihre Seele, während sich ihre Augen mit Tränen füllten. Im zweiten Stockwerk stand der Herr Pfarrer am Fenster seines Studierzimmers. Auch er sah die beiden Jungen und in seinem Herzen stieg ebenfalls Bitterkeit auf. Er biss die Zähne fest aufeinander und wirkte das Gefühl hinunter. In seinem Herzen gelobte er, »Ich will für Georg tun, was ich für das eigene Kind nicht tun kann.« Er betrachtete lange das Spiel der Kinder, dann rief er Georg Alting zu sich herauf, um ihm die versprochene Unterrichtsstunde zu geben. Sie betrieben Land- und Völkerkunde, Sprachen und etwas Kirchengeschichte. Georg Alting arbeitete so angestrengt, dass ihm der Schweiß auf die Stirn trat. Er behielt sein Ziel scharf im Auge. Dazwischen tönte das Lachen aus dem Garten herauf, das den Pfarrern manchmal zusammenzucken ließ. Je greifbarer sich für Georg das Gelernte gestaltete, desto fester und zuversichtlicher wurden seine Pläne. Das nutzlose Träumen verschwand hinter einer steten zielbewussten Arbeit. Er las nicht mehr in unersättlicher Hast, bis die Buchstaben vor seinen Augen tanzten und das Blut in seinen Schläfen hämmerte, sondern langsam überlegend, indem er das, was sich vor ihm ausbreitete, auch sogleich zu seinem eigenen Besitz umwandelte. Das wurde erreicht durch die geregelte Arbeit, wie er sie jetzt kennenlernte, denn die einstigen Schulaufgaben waren für den reichbegabten Jungen nur Spielerei gewesen. Sein größter Wunsch wurde zu einem erwärmenden Feuer in ihm, das vieles ab- und ausbrannte. Sein Blick wurde nach oben gerichtet und nicht mehr wild, sondern still und voll Vertrauen sprach es in seiner Seele, Herr, zeige mir deinen Weg. So hatten die Großen im Geist und Glauben gesprochen, von denen er jetzt hörte, und das eben sollte er lernen, dass zum Großwerden noch mehr gehört, als nur schöne Pläne zu formen und edlen Zielen nachzujagen. Georg kam von seiner Stunde bei Pfarrer Kroneisen zurück. In der sauberen kleinen Wohnstube seines Elternhauses summten die Fliegen über der weißen Tischplatte, sonst war alles wie ausgestorben. Die Mutter hatte offenbar alle Kinder mitgenommen. Sie tat das manchmal, wenn sie die kleine Feldarbeit besorgte. Wo aber war der Vater? Georg ging in die Kammer, in der der Webstuhl stand. Wenn man aus dem hellen Wohnzimmer kam, dauerte es immer einen Augenblick, bis sich die Augen an das Halbdunkel in der Kammer gewöhnt hatten. Dem einzigen Fenster gegenüber stand eine hohe Brandmauer, die nur wenig Licht zuließ, dessen Strahlen zudem durch die Balken des Webstuhles gebrochen wurden. Endlich sah der Junge, dass sein Vater auf der Webbank saß und der Oberkörper auf den Webbaum herabgesunken war. Schlief er denn? Leise trat Georg näher und betrachtete das Gesicht, es war farblos. Als er den Zusammengesunkenen den Kopf hochhob, entdeckte er große Blutspuren auf der Kleidung des Vaters und auf dem Teppich und auf dem Webstuhl. Vater! rief Georg erschrocken. Der Angeredete schlug die Augen auf und sah den Jungen müde an. Er wollte reden, aber seine Stimme versagte. Georg konnte ihn nicht verstehen, er versuchte, den Vater aufzurichten, aber dessen Schwäche war zu groß. Endlich gelang es ihm, den müden Mann bis an den Rand der Bank zu ziehen, von da trug er ihn auf das Bett in der Schlafkammer. Wie leicht der Vater war! Georg hätte nie gedacht, dass er ihn so ohne weiteres hochheben könnte. Ratlos saß er neben dem Kranken, dessen kleine Wünsche nach einem Schluck Wasser und anderen Handreichungen er erfüllt hatte. Er wagte nicht, ihn zu verlassen, sonst wäre er zum Arzt oder wenigstens in das Pfarrhaus gelaufen. Er beobachtete besorgt das aschfahle Gesicht auf dem rot-weiß karierten Kissen und lauschte den kurzen, kaum vernehmbaren Atemzügen. Wenn der Vater reden wollte, so wehrte er ab und streichelte ihm die Hand. Die Anstrengung war zu groß. Beim ersten Wort schon kam ein Hustenanfall, der nicht recht aufsteigen konnte wegen der Schwäche. Und wozu denn reden? Georg sah ja selbst, dass ein Schwerkranker vor ihm lag und ahnte auch, dass in diesen Stunden Entscheidungen über seinen weiteren Lebensweg fielen. Aber er schaute weder vorwärts noch zurück. Er fühlte jetzt nur eines, seine Liebe zum Vater, der so selbstlos sein müdes Leben für sie hingegeben hatte. Georg begriff, wie reich er war, solange er noch Vater sagen konnte. Vater! Er legte den Kopf auf des Vaters Hände und heiße Tränen strömten darüber. Gleichzeitig glitt eine stille Segenskraft aus dem Herzen des Vaters in das des Sohnes, die ihn für die bangen Tage stehlte, die nun kamen. Vater Alding wurde immer kränker. Die ersten 14 Tage behandelten sie sein Kranksein als eine Ausnahmezeit, in der nichts seinen rechten Gang ging. Sie warteten ab, bedauerten und beklagten und erzählten diesem und jenem teilnehmenden, wie Georg den Vater vorfand. Aber allmählich sanken sie in den Alltag zurück, die zuerst vernachlässigte Arbeit wurde wieder aufgenommen. Die Anteilnahme der Nachbarn schwand. Sie hatten anderes, Neueres, das sie beschäftigte. Leise trat die Not über die Schwelle. Hans verlangte Geld zu sein Fest und Pfann wollte nicht ohne Geld zum Bäcker. Einige Gläubiger kamen mit ihren kleinen Forderungen. Man konnte bei den vielen unversorgten Kindern nicht wissen, wie es dann aussah, wenn der Mann tot war. Sie wollten dann auch nicht dastehen, wie einer, der den Weisen ihr Letztes nimmt. Es war besser, wenn sie ihre Sache noch zu Lebzeiten des Webers bekamen. Vater Alding hatte nirgends große Schulden gemacht, aber auch die kleinen Posten wurden jetzt spürbar, da so viele Ausgaben zusammenkamen. Es verdiente ja keiner. Die Ersparnisse in der Schachtel gingen rasch zur Neige. Eines Tages holte die Mutter das Letzte, um Georg damit in die Apotheke zu schicken. Als er zurückkam, fand er sie in großer Sorge. Die Frau war gekommen, für die der Vater den Teppich webte. Sie verlangte, dass der Teppich fertig gemacht würde oder dass das Stück vom Webstuhl herunterkäme, damit sie es jemand anderem bringen könne. Der Winter sei vor der Tür, sie leide an kalten Füßen und sie müsse den Teppich jetzt haben. Sie wolle ihr Wohnzimmer damit belegen. Und was nun? Das Weben war keine Kunst. Es handelte sich darum, die schmalen, zusammengenähten Tuch und Stoffstreifen, die von den Leuten als große Knäuel eingeschickt wurden, zwischen die starken Kettfäden aus blauem und gelbem Leinen zu schlagen. Georg hatte seinen Vater oft bei der Arbeit abgelöst. Seit des Vaters Krankheit hatte er jedoch noch nicht gewebt. Er wollte das Klappen des Webstuhles vermeiden, auch ließ ihn eine geheime Scheu fürchten, wenn er einmal auf der Webbank säße, so käme er nicht mehr herunter. War das Vorahnung oder nur Widerwille gegen die eintönige Arbeit? Nachdem er die Sorgen der Mutter angehört hatte, schlich er leise in die Kammer, trennte das durch den Unfall des Vaters verdorbene Stück heraus und eine Stunde später hörte man in dem kleinen Haus wieder das eintönige Klappen des Webstuhles. Als es dunkel wurde, brachte die Mutter die Lampe und hängte sie an den Nagel, wie sie das seit vielen Jahren für den Vater getan hatte. Sie stand einen Augenblick in der Kammertür und wartete, aber Georg sagte nichts, so schwieg sie ebenfalls. Ohne ein Wort zu reden, nahm der Sohn die Arbeit des Vaters auf. Noch am Abend kam Georg in das Pfarrhaus und begehrte den Pfarrer zu sprechen. Man führte ihn in das unerleuchtete Studierzimmer. Als Pfarrer Kroneisen kam und nach einer Lampe rief, meinte der Junge, was er zu sagen habe, sei schnell gesagt, man brauche deshalb kein Licht zu bringen. Er wolle nur sagen, dass er nicht mehr so regelmäßig in die Stunde kommen könne. Wegen der Krankheit des Vaters finde er nicht mehr genug Zeit zum Lernen. Er habe auch sonst Arbeit. Seine Stimme klang rau und dazwischen unsicher, wie Jungen stimmen manchmal in diesem Alter. Die Dunkelheit verberg seine Erregung. Der Pfarrer ahnte nichts von dem Kampf und der Not, die dieser Entschluss den Jungen gekostet hatte. Er sagte freundlich, sie wollten es einrichten, wie es eben ginge. Das seien Prüfungszeiten, die über jeden Menschen kämen, sie würden auch vorübergehen. Georg antwortete nichts darauf. Die Frage, ob er mit in das Wohnzimmer komme, verneinte er. Draußen lehnte er sich einen Augenblick an die Hauswand und rang nach Atem. Er spürte deutlich, dass er soeben seinen Zukunftsplänen entsagt hatte. Der Winter kam, der Teppich der Frau wurde fertig, so brauchte sie nicht an kalten Füßen zu leiden, und andere Teppiche wurden ebenfalls fertig. Eine Art Begeisterung vor den jungen Weber erfasste die Frauen. Man fand seine Arbeit gut, er lieferte pünktlich, es kamen daher mehr Aufträge, als selbst der Vater gehabt hatte. Die Mutter freute sich darüber, sie hoffte, dass die Not sich nun verschone, und ermahnte die Geschwister zur Achtung vor dem älteren Bruder, indem sie jetzt den Ernährer sahen. Georg kam daher immer weniger von seinem Webstuhl weg, der Verdienst war auch bei großem Fleiß gering, und die Aufträge drängten. Wenn er endlich einmal aussetzte, weil ihn der Rücken schmerzte, so saß er drüben bei dem mehr und mehr abnehmenden Vater. Der Vater allein wußte, was sein Sohn in diesen Tagen an Hoffen und Sehnen zu Grabe trug, und er konnte es dennoch nicht ändern. Die liebenwarmen, braunen Augen redeten und trösteten, wo Worte viel zu schwach und ärmlich gewesen wären, und sagten immer von Neuem, dass nur der wirklich lebt, der sein Leben verschenkt. Wenn Georg so saß und in diesem Blick las, dann war ihm, als ob er alles könnte, alles, solange er den Vater hier in der Kammer wußte, der jedes Klappern seines Stuhles mit Liebe verfolgte, selbst wenn es ihm Kopfschmerzen bereitete. Und Georg schöpfte Kraft und Mut aus dieser Liebe. Manchmal versagte er sich diese Erholung, schlich sich mit einem Buch in einen Winkel und versuchte, das Vernachlässigte wieder einzuholen. Er wollte dann alles mit einem Mal in den Kopf zwängen und verhaspelte sich, und wenn er endlich nach vielen Tagen vor Pfarrer Kroneisen saß, fühlte er sich selbst in dem Gelernten unsicher. Er schämte sich seiner Unwissenheit, und während er das Überhastete im Kopf zusammensuchte, beobachtete er, wie der Pfarrer sich Zwang an Tat, um die Geduld nicht zu verlieren. Wie unerquicklich das alles war, keine Spur mehr von dem früheren freudigen Aufnehmen und Verarbeiten des Neugelernten. So sehr der Pfarrer sich auch müde, das Versagen Georgs auf die ungünstigen Verhältnisse zu schieben, so tauchte bei ihm doch manchmal die Frage auf, ob er die Gaben des Jünglings nicht überschätzt habe. Vater Alting sagte, er würde im Frühjahr sterben und er fühlte richtig. Es kamen noch einige Lungenblutungen, ehe sein Leben auslöschte. Als die Atemnot sich steigerte, brachte man sein Bett aus der engen Kammer in das Wohnzimmer. Wenn er nun die Nacht nicht allein bleiben konnte, so musste jemand neben dem Bett sitzen. Seine Frau hielt treu bei ihm aus, aber als es Wochen um Wochen dauerte, brach sie zusammen. Dann versuchten es die Kinder Hans und Fann und der elfjährige Friedel. Aber die Kinder schliefen gar schnell ein und der Vater war zu schwach geworden, um sie wecken zu können, wenn er sie brauchte. So blieb nur Georg, der die Nachtwache übernehmen konnte. Er freute sich darüber, denn er geizte mit der Zeit, die er noch mit seinem Vater verbringen durfte. Er sah vielleicht klarer als die Mutter, wie rasch es zu Ende ging. Vater und Sohn konnten nicht viel miteinander reden, aber Georg fühlte, dass des Vaters Liebe, dass alle seine Gedanken ihn umspannen wie eine Mauer und große, schöne, selbstlose Empfindungen in ihm weckten. Hier fühlte er sich sicher vor der Versuchung, die ihn am Webstil so oft überfiel und ihn nötigen wollte, die Arbeit zu verlassen und seine eigenen Wege zu gehen. Dann kam die letzte Nacht. Sie ahnten es alle nicht. Der Vater war nur stiller und regungsloser als sonst. Selbst Georg wusste noch nichts davon, als er um elf Uhr die Lampe zurechtmachte, das Feuer aufstocherte und noch einmal frische Luft ins Zimmer ließ. Aber er spürte es sofort, als er kurz nach Mitternacht des Vaters Hand auf seinem Kopf fühlte. Er verhielt sich still, bis der Krankes wieder von ihm abzog. Dann lehnte er sich über das Bett und sie sahen sich an, Auge in Auge. Die Lippen des Vaters bewegten sich. Er hatte noch viel zu sagen, aber verstehen konnte man nichts. Es war auch nicht nötig, die Augen sagten alles. In diesem Augenblick hatte Georg sein Leben in der Hand und die Antwort, die er gab, war richtig. Wie das zog und suchte, sich fand und begegnete, wie die Blicke der beiden Sieger leuchteten. Der eine siegte über den Tod und der andere über sein Ich. Aber nach diesem Augenblick des freudigsten Aufleuchtens kehrte für Georg plötzlich das Bewusstsein zurück, daß der Vater starb. Vater! Ein feuchter Blick des Mitleides trat in die Augen des Vaters. Armer Georg, war das das einzige Erbteil, daß er sich selbst zerbrechen wollte um der anderen Willen? Und dennoch, nicht was einer lebt, sondern wie er lebt, ist die Hauptsache. Er konnte ihm nichts zurücklassen, nichts als die Erinnerung an diesen Blick, aber sie wird alle Schätze der Erde aufwiegen, wenn sie den Augenblick nur hätten festhalten können, nur ein wenig noch, aber die Seele wollte fort aus diesem in Mühe und Arbeit aufgeriebenen Leib. Und die anderen? Georg weckte Mutter und Geschwister, sie umstanden das Bett. Fann klagte laut und maßlos, die Kinder weinten, Georg hatte seinen Arm unter das Kissen des Vaters geschoben und stützte den Sterbenden. Er sagte nichts. Ach, wenn sie doch den Vater in Frieden hätten sterben lassen, sie konnten ja nachher weinen und klagen, so viel sie wollten. Er wurde fast ärgerlich, aber des Vaters geduldiges Gesicht schien zu sagen, lass sie doch. Sie küßten seine Hände und warfen sich über das Bett und der Vater schloß währenddessen die Augen. Georg allein fühlte den Ruck, den es dem Körper gab, als die Seele ihren Flug nahm. Langsam drückte er ihm die Augen zu und legte ihn in die Kissen zurück. Dann schlich er sich davon in die Kammer. Dort setzte er sich auf die Bank vor dem Webstuhl, die Stirn gegen den Webebaum gedrückt und weinte für sich allein um den, den er verloren hatte. Man begleitete den Weber in großem Leichenzug zu seiner letzten Ruhestätte und sagte manches Gute über den friedliebenden, freundlichen Mann. Im Geheimen lästerte man auch ein wenig über die vielen Kinder, die er hinterlassen hatte und die nun mittellos waren. Vielleicht fielen sie gar dem Ort zur Last. Der Waisenrichter machte viele Umstände, bis in dem Haus jede Kleinigkeit richtig eingeschätzt war. Was sollte mit dem Webstuhl und den angefangenen Arbeiten geschehen? Acht Tage vergingen mit Hin- und Herreden. Dann beruhigten sich die Gemüter und warteten, was kommen würde. Georg saß zum ersten Mal wieder auf der Webebank. Da trat Pfarrer Kroneisen bei ihm ein. Er wollte hören, was Georg beabsichtigte und ihm nötigenfalls raten. Sie gingen in die Wohnstube und saßen einander gegenüber. Im Hintergrund stand noch das leere Bett, in dem Vater Alding gestorben war. Die Entscheidung liegt bei dir, sagte Pfarrer Kroneisen nach einigem Erwägen. Du kannst des Vaters Handwerk weiter treiben und auf diese Weise deine Geschwister versorgen. Das wird zwar immer ein spärliches, manchmal ein nicht ausreichendes Brot sein, oder aber wir behandeln dich als Jungen, der zu jung ist, um für eine Familie zu sorgen. Dann lasse ich dich auf meine Kosten zu dem Beruf ausbilden, für den du dich eigentlich entschieden hattest. Die älteren Geschwister werden irgendwie untergebracht und die kleineren können bei der Mutter bleiben. Ich denke, die Ortsbehörde wird deiner Mutter ein kleines Kostgeld für die Kinder bewilligen, mit dem sie deine kleinen Geschwister großziehen kann. Ich habe hin und her gedacht. Die Entscheidung ist nicht leicht. Was wird besser sein? Vielleicht bedeutet der erste Plan ein zu armseliges Hungern für euch, was ein Unrecht an den Kindern wäre. Ich würde klarer sehen, wenn ich nicht selbst an der Sache beteiligt wäre, aber du weißt, welche Freude es mir bereitet hätte, dich für jenen schönen Beruf heranzubilden, der ja auch selbstlos ist. Nimm dir Zeit zum Überlegen, nur gib mir Antwort vor der nächsten Sitzung, in der eure Sache zur Sprache kommen wird. Georg versprach ihm das. Als der Pfarrer fort war, ging er in den Garten hinter dem Haus. An dem Rhein unter dem Kirschbaum blühten die Feilchen. Er setzte sich auf die kleine Bank und lehnte den Rücken an den Stamm. Er fühlte sich so müde von allem, was über ihn gekommen war. Alles um ihn her atmete Frühling und Jugend und Freude und nur er sollte mit seinen 15 Jahren wie ein Mann handeln, der schon eine Familie von elf Köpfen zu ernähren hat. Und wenn er das nicht wollte? Er brauchte nur einmal Nein zu sagen. Was sie auf dem Rathaus darüber dachten, brauchte ihn ja nicht zu kümmern. Selbst Pfarrer Krohneisen wagte nicht zu entscheiden, was das Richtige war. Wäre es denn so schlimm, wenn er fortginge? Die Kleinen blieben ja bei der Mutter. Was wäre dabei, wenn die Größeren zwei Jahre früher oder später zu fremden Menschen kämen? Schließlich danken es ihm die Geschwister ja nicht, wenn er sie zu Hause zu dem kargen Brot verurteilte. Er schloss die Augen. Die milde Frühlingsluft strich ihm über das Gesicht und machte ihn weichlich. Ihm war Angst vor der großen Aufgabe. Er dachte noch nicht selbstsüchtig an seine eigene Zukunft, aber er schwankte doch hin und her und fand keine Lösung, bis... Die Sonne war untergegangen. Jemand hatte die Abendglocke geläutet, was sonst sein Vater oder er selbst getan hatte. Die Töne waren verklungen, dann wurde es still überall, still auf der Straße und still auch im Garten. Die letzten Bienen und Brummer verschwanden von dem Kirschbaum. Als weiches letztes Atmen zog der Abendwind an ihm vorüber. Da stieg etwas aus seiner Seele auf. Nicht das Sehnen und Träumen von großem Tun, sondern etwas anderes, das auch dort gewohnt hatte. War es die gütige Stimme seines Vaters? Er hatte einmal vorausgesagt, dass es nicht lange dauern würde und er sitze hinter dem Webstuhl, wie einst sein Vater dahinter gesessen hatte. Oder war es jener Blick des Vaters, der ihm sagte, dass man sein Leben verschenken muss? Die letzte Nacht, die er mit seinem Vater erlebte, trat vor sein Auge. Wie würde die mächtige Liebe trauern, die so vertrauensvoll in seinen Blick gesunken war, wenn er die im Stich liesse, für die der Vater gelebt hatte? Es gab für ihn keine verstandesmäßigen Erwägungen mehr, sondern nur noch die Frage, ob er um seiner selbst willen ein Heim zerstören wollte, in dem des Vaters Geist gelebt hatte und weiterleben könnte, wenn er ihn für die Geschwister pflegte. Gleichzeitig spürte er, dass jenes andere nur eine augenblickliche Stimmung gewesen war. Er hatte nur sich selbst bedauert. Der Kampf musste gar nicht hier ausgefochten werden. Die Entscheidung war bereits beim Sterben seines Vaters gefallen. Er stand auf und reckte sich. Was, 15 Jahre! Was, Junge! Er war der Sohn seines Vaters, durch das Vertrauen seines Vaters geadelt und durch dessen Liebe gesegnet. Mit federnden Schritten ging er durch den Garten zum Haus. Und plötzlich glaubte er, die Stimme des alten Pfarrers zu hören, der da sagte, »Wir Christen sollten nicht so viel von Opfern reden. Es liegt nicht fein in unserem Mund. Es liegt keine Liebesfreude darin. Es ist etwas Grießcremiges und Säuerliches dabei.« Jetzt verstand er, was der alte Herr gemeint hatte und dass seine Worte wahr gewesen waren. Als die Mutter später zurückkam, hörte sie schon von Weitem das Klappern des Webstuhles und freute sich darüber. Die Geschwister nahmen Georgs Thun als selbstverständlich hin. Sie ahnten nicht, was er dafür aufgab. Und er sprach nicht darüber. Die Jahre gingen hin. Der Verdienst reichte. Allerdings mussten Georg und seine Mutter manche Entbehrungen auf sich nehmen. Georg kannte nichts anderes, als vom Morgen bis zum Abend am Webstuhl zu sitzen. Alle seine Träume schienen versunken. Auch sein inwendiges Leben versandete ein wenig in diesem eintönigen Alltag und unter den Sorgen für das tägliche Brot. Aber was einmal stark gewesen ist, wird nie mehr ganz schwach, weil die große Erinnerung es trägt und hebt. Die Geschwister wuchsen heran. Phan kam in einen Haushalt. Hans hatte das Schuhmacherhandwerk gelernt. Die Lehrjahre lagen hinter ihm. Er zog auf die Wanderschaft und verdiente von jetzt ab sein eigenes Brot. Friedl verdingte sich als Knecht zu einem Bauern. Die Zwillinge sollten Ostern aus der Schule kommen. Käthe und Bertha hatten auch schon ihre Pläne im Kopf und mit Heinrich, dem Jüngsten, dem die Mutter mit zu viel Nachsicht begegnete, hatte es vorerst noch gute Zeit. Man brauchte ihn nicht zu drängen. Wieder vergingen Jahre. Als auch Heinrich älter wurde, tyrannisierte er Georg und die Mutter. Solange Käthe und Bertha zu Hause waren, ging es noch. Sie neckten den Bruder und widersprachen ihm. Als sie ebenfalls gingen, beherrschte er die zwei Einsamen völlig. Georg erkannte das. Er sagte sich, dass er männlicher werden müsse. Dass viele sich selbst verleugnen, hatte ihn gegen belanglose Dinge gleichgültig gemacht. Aber bei der Jugend ist nichts belanglos. Er brauchte nicht gegen andere schwach zu sein. Das war keineswegs Gebot für einen, der sich selbst hat bezwingen müssen. So predigte er sich. War der Vater nicht auch ein bisschen weich gewesen und deshalb so viel ausgenutzt worden? Aber behielt er nicht gerade diesen Wesenszug des Vaters als das Wertvolle in der Erinnerung? Georg wurde mit diesen Fragen nicht fertig. Und Heinrich hatte den Vorteil davon. Er durfte das Schreinerhandwerk lernen. Georg ließ ihm eine Werkstatt bauen, von dem Ersparten, das er sich zurückgelegt hatte, seitdem die meisten der Geschwister selbstständig geworden waren. Sie büßten dadurch den Garten ein. Nur der Kirschbaum blieb stehen. Wenn Georg Blumen und Lust begehrte, so ging er in den Pfarrgarten. Zwischen dem rasch alternden Pfarrer und dem 33-jährigen Georg hatte sich eine feste Freundschaft entwickelt. Um den Pfarrer war es auch einsam geworden. Schon vor einigen Jahren war seine Frau gestorben. Wenn sie die Mutterliebe in sich hatte dämpfen können, dann vielleicht würde sie sich ihrem leidenden Sohn erhalten haben. So aber rieb sie ihre Kräfte vor der Zeit auf in der Pflege, die sie keinem Fremden überlassen wollte. Mar hatte eine hühnenhafte Gestalt bekommen, mit willenlos hängenden Gliedern. Er lernte nicht gehen. Man schob ihn im Fahrstuhl durch den Garten oder auf den Platz vor und um die Kirche. Wenn die beiden Männer zusammen waren, saß er meist schweigend dabei und träumte. Er lachte und lallte nicht mehr so viel wie als Junge. Er war sehr ruhig geworden. Wer weiß, wovon seine Seele träumte, wenn er tagelang still da saß. Seine Liebe zu Georg wuchs stetig. Sie zeigte sich in dem aufleuchtenden Blick, mit dem er ihn begrüßte, oder in der verlangenden Bewegung, mit der er sich ihm zuwandte. Der Pfarrer sah es mit stiller Befriedigung. Georg war immer ein gern gesehener Gast bei ihnen, der sich nur, seiner vielen Arbeit wegen, nicht oft genug zeigte. Die Männer redeten von den Anliegen der Gemeinde und des Landes, von allerlei Neuem auf dem Gebiet der Wissenschaft und von Fragen der Seele und des Lebens. Nur an die Wünsche und Hoffnungen der Vergangenheit rührte keiner. Da lag ein ungeklärtes Gebiet zwischen ihnen, das Liebe und Freundschaft überbrückte und das vielleicht ein zu großes Feindgefühl sie meiden hieß. Pfarrer Krohneisen wurde nie ganz den Gedanken los, daß Georg damals vor dem zu vielen Lernen und vor noch größeren Entbehrungen zurückgeschreckt war. Und Georg fühlte deutlich, daß jener seinen Entschluß nicht als ein Aufgeben großer Sehnsüchte anerkannte, sondern für eine Fahnenflucht hielt. Aber darüber konnte er nicht reden. Das lag zu tief, um es durch Worte hin und her zu wenden. Und die Wunde war vernarbt, die er erhalten hatte, als er zur Zeit seiner Kämpfe gerade von dieser Seite verkannt wurde. Das alles bereitete ihm keine Schmerzen mehr. Er war ein Mann und sah, daß das Leben auch vergeht, wenn es einem nicht das gebracht hat, was man von ihm erwartete. Das Geheimnis liegt vielmehr darin, tapfer mit dem Gewerden umzugehen, damit es vor Gott die Probe bestehe. Im Frühjahr seines 34. Jahres begegnete Georg etwas Sonderbares. Unter dem Kirschbaum kam jener Frühlingswind über ihn, der im Vorjahren den Kurs seines Lebens verrücken wollte. Vielleicht war es das Treiben der Bäume, das auch sein Blut in rascheren Lauf brachte, oder der Duft der Frühlingsblumen am Rhein. Er fühlte sich jung und stark, ein Mann in der Vollkraft seines Lebens. Kein Kreis, wie er sich das manchmal hinter dem Webstuhl eingeredet hatte. Warum sollte er nicht jetzt noch sein Teil am Leben fordern? Warum nicht auch einmal es gut haben wollen? Seine Arme waren frei, die Geschwister versorgt. Er konnte seine Kraft und Arbeit jetzt für sich selbst verwenden. Wer sagte denn, dass er einsam bleiben müsse? Die Mutter war jetzt alt und müde, sie würde sich über eine junge Hilfe freuen und ihm in ihrer Güte das Glück mit Freuden gönnen. Da ging das Frühlingsgeheimnis am Gartenzaun vorüber, das ihm die merkwürdigen Gedanken in das Herz gezaubert hatte. Guten Tag auch, rief ein Mädchen. Eva! Sie blieb stehen und er trat zu ihr an die Hecke. Sie sagte nicht, dass sie ihn aus der Ferne für seinen Bruder Heinrich gehalten hatte. Sie wechselten einige Worte, erreichte ihr zwei weiße Sternblumen und fragte, ob sie am Abend ein wenig kommen möchte. Die Mutter müsse ihr etwas zeigen. Sie kam und List und Liebe der Mutter fanden den Vorwand, der seine Bitte begründete. Die Besuche wiederholten sich auf sein Drängen mehrmals und, was sollte er lange fackeln, er hielt um ihre Hand an. Sie war zuerst betroffen. Wie rasch das alles ging und sie wurde von ihren Angehörigen überredet. Man konnte eine Tochter nicht besser bergen als an der Seite dieses Mannes. Zum ersten Mal, so glaubte Georg, besaß er etwas, das durch und durch sein Eigen war. Er wurde fast einfältig darüber. Dadurch entstand der erste Freudentraum, der Eva befriedigte. Aber nur zu bald gewann in Georg der große Lebensernst wieder die Oberhand. Je näher die Hochzeit heranrückte, desto stärker wurde er. Eva war noch nicht 18 Jahre alt. Ihr wurde bange, seine ernsten Reden machten ihr Beklemmungen. Sie kam sich selbst wie ein Kind dagegen vor. Sie wählte ihre Worte und war oft froh, wenn sie gehen durfte. Allmählich entdeckte Georg, dass sie immer rascher von ihm loskam. Oft unter dem Vorwand, sie habe Eile. Und dann hörte er sie trotzdem noch in der Küche mit der Mutter plaudern oder gar in der Werkstatt mit Heinrich lachen. Er wollte nicht kleinlich sein. Er bezwang die Regungen der Eifersucht und des Misstrauens in sich. Er überschüttete sie mit Geschenken. Manchmal bemerkte er, dass etwas sie bedrückte. Dann wurde er doppelt gut, um ihr Unbehagen zu verscheuchen. Zum ersten Mal in seinem Leben plagte er sich mit Dingen, die wie Albernheiten aussahen. Er sehnte den Tag der Hochzeit herbei, mit dem das hin und her ein Ende nehmen musste und die Braut zog ihn hin. Eva war da gewesen, einen knappen Augenblick nur. Sie hatte Eile. Er stand am Fenster, von wo er sehen konnte, wenn sie um die Straßenecke bog. Sie kam nicht. Ein plötzlich ausbrechendes Misstrauen trieb ihn in die Werkstatt seines Bruders. Die beiden jungen Leute saßen auf dem neuen Tisch, der ein Stück von Evas Hausrat ausmachte und spielten lachend mit ihren Händen die großen Kinder. Georg lehnte an dem Türpfosten und sah ihnen zu. Dann stöhnte er auf und wandte sich ab. Die beiden sahen sich betroffen an. »Was jetzt?« fragte Eva bebend. »Einmal hätte er es doch erfahren,« sagte Heinrich kalt. »Ich werde es ihm vollends sagen.« Eva überlegte einen Augenblick. »Nein, ich will es ihm sagen.« Sie empfand deutlich, dass Heinrich seinem Bruder mehr wehtun würde als nötig. Georg war in die Kammer gegangen. Er legte den Kopf auf den Webstuhl und wirkte die Bitternis hinab, dass das Mädchen den unreifen, halb erzogenen Jüngling ihm, dem Mann, vorzog. Eva trat ein. Sie setzte sich auf die Kante der Webebank. Er machte ihr ein wenig Platz. »Georg«, begann sie stockend, »ich kann nicht anders. Ich weiß nicht, wie es über mich gekommen ist. Ich habe es nicht gewollt und ich habe gekämpft und immer geweint, aber« sie hielt an, sie konnte ihm doch jetzt nicht sagen, dass er langweilig und alt sei und dass der andere die Jugend für sich habe. Da fand er selbst das Wort. »Lass sein, Eva. Es war ja unsinnig von mir. Ich hätte wissen müssen, dass ich zu alt für dich bin. Was sollst du mit einem Menschen anfangen, den die Sorgen des Lebens vor der Zeit zum Kreis gemacht haben? Vergib mir. Ich habe es auch einmal so gut haben wollen wie andere Menschen und dabei übersehen, dass man das nicht bekommt.« Er legte das Gesicht auf die gekreuzten Arme. Eva wartete einen Augenblick. Als er nicht weiterredete, stand sie auf. Sie lehnte am Webstuhl und sah, wie die gekrümmte Mannesgestall von Zeit zu Zeit zusammenzuckte. Später, nachdem der erste Liebestraum vorüber war und Heinrichs Selbstsucht ihr viel Leid bereitete, erinnerte sie sich dieses Vorgangs noch deutlicher. Aber da war es zu spät. Auch hatte ihr Schwager nie mehr ein Wort über Vergangenes geredet. Jetzt schlich sie sich hinaus. Und was nun? Die jungen Leute wollten heiraten. Sie würden hernach im Haus herrschen. Sollte er sich noch enger, in die Kammer zu dem Webstuhl einschließen? Ertrug er es, alle Tage das Glück zu sehen, das an ihm selbst vorübergegangen war? Das bildete den größten Tropfen Wermut in dem Becher seines Lebens, als er für alle seine Hingabe nun keine weitere Ernte einheimste als die Einsamkeit. Es dauerte viele Tage, bis auch das überwunden war. Dann kam ein Sehnen über ihn nach der Ferne, in der er hinter sich Geworfenes leichter vergessen könne. Und damit tauchte ein alter, lieber Plan wieder auf. Er entdeckte nun, wie tief die Träume der Jugend in unserem Herzen wurzeln, da selbst viele Jahre sie nicht zum Absterben bringen. Wenn er jetzt noch in den Dienst des Herrn trete? Es fand sich gewiss auch für den reifen Mann Platz und Arbeit in dem großen Werk, dem er sich einst widmen wollte. Das Feuer jugendlicher Begeisterung lote noch einmal in ihm auf. Er öffnete die Kiste mit den Büchern, die er damals sorgfältig vernagelt hatte, und machte heimlich Versuche, ob er sich die einst gelernten und halb vergessenen Dinge wieder aneignen könne. Es ging. Dem Pfarrer fiel es auf, dass des Freundes Unterhaltung jetzt oft auf andere fernliegende Gebiete abschweifte. Doch noch hielt Georg seinen neuen Plan geheim. Er wollte warten, bis er die Zustimmung zu seinem Vorhaben deutlicher in sich empfinden würde. Still wuchs die neue Hoffnung in ihm. Nach einigen Wochen war sie derart mächtig, dass sie seine Gedanken völlig beherrschte. Er saß auf der Bank der Empore, neben der er einst als Junge mit demselben Gedanken kauerte und hörte nichts mehr von dem, was der Pfarrer seinen Gemeindemitgliedern sagte und empfand auch nichts von der Unruhe und dem Unbehagen, das die Zuhörer soeben ergriff, bis ein dumpfer Fall ihn emporschreckte. Schon trugen sie den Pfarrer von der Kanzel herab. Der Kranke war gelähmt und hatte die Sprache verloren. Es dauerte Wochen, bis sie sich wieder einstellte und bis er die ersten Schritte machen konnte. Georg pflegte den Freund. Im Spätherbst hatte sich Pfarrer Kronheisen so weit erholt, dass er wieder predigen wollte. In der Woche, ehe er den ersten Versuch dazu machte, ging er mit Georg im Garten auf und ab. Georg hatte seinen Arm stützend unter den des Freundes geschoben, denn jener zog ein Bein noch immer recht schwerfällig nach. Georg sprach davon, dass ich nun alles zum Guten gewendet habe. Der Freund werde bald ganz hergestellt sein. Er wollte auch von seinem eigenen Plan heute noch mit ihm reden und hatte zu Hause bereits den Entwurf zu dem Brief liegen, mit dem er sich bei der Missionsgesellschaft melden würde. Gezeichnet ist man doch, sagte der Pfarrer auf Georgs zuversichtliche Worte. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr lange geht. Georg wusste nicht sofort, was er antworten sollte. Er liebte es nicht, jemand Gefühle auszureden, die vielleicht nicht von ungefähr in seiner Seele aufgestiegen waren. Sie gingen schweigend weiter. Plötzlich blieb der Pfarrer stehen. Georg, sagte er in seltsam bewegtem Ton, ich habe eine Bitte an dich. Georg hielt den Atem an. Warum wurde ihm plötzlich so heiß? Warum trieb es ihm das Blut zum Herzen? Rede nur, sagte er mühsam. Könntest du Mar zu dir nehmen? Von den Verwandten kann ihn niemand brauchen. Für eine Anstalt mag ich mich nicht entschließen. Wir haben ihn zu sehr verwöhnt. Er passt nicht mehr dorthin. Es war nicht klug von uns. Aber er ist unser Alles und so hilflos. Und nun ist er empfindlich geworden. Er kann nicht mehr als eine Nummer von vielen behandelt werden. Er braucht jemand für sich allein, der ihn liebt. Ich habe mich lange besonnen, ob ich dir das Schwere zumuten darf. Aber ich weiß niemand, der ihm tun würde, was du tust. Ich habe für ihn gespart. Er könnte eine hübsche Wohnung beziehen mit Garten. An dem allem fehlt es nicht. Nur an der Liebe, die sich nicht kaufen lässt und die alles für ihn bedeutet. Der Pfarrer wartete auf Antwort. Noch einmal wurden damit Georgs Pläne jäh zerstört. Das Harte dabei war, dass die Bitte von dem kam, der das andere, was für Georg den schönsten Wunsch seines Lebens ausmachte, dennoch als das größte Opfer ansah. Sollte er ihm sagen, ich kann nicht, weil ich Größeres tun will, ich habe meine alten Pläne wieder aufgenommen, dann würde der Freund seinen Wunsch zurückziehen. Aber die Stimme des Gewissens war die Stimme Gottes. Er bäumte sich zwar dagegen auf, wenn Opfer gebracht wurden, dann wenigstens solche, die die Umgebung auch dafür ansah. In einer Sekunde rauschte das alles durch seine Seele. Zum letzten Mal hielt er sein Leben, seine Zukunft in der Hand und jemand wartete auf Antwort. Aber er besaß auch die Erinnerung an jene Stunde des Sieges am Sterbebett des Vaters, die bislang sein Leben und Tun geadelt hatte. Ja, gern, antwortete er dem bangen Warteten, und wenn das gern auch vorerst ein halb Erzwungenes sein musste, so war er doch der Mann, der das Geheimnis kannte, durch das man aus dem Opfer eine Liebesfreude machen kann. Die erste Antwort, die er auf seinen Entschluss hörte, war das lachende Lallen des Schwachsinnigen. Am darauf folgenden Sonntag machte Pfarrer Kroneisen seinen Versuch wieder zu predigen. Es gelang ihm nicht. Seine Ahnung sollte sich bestätigen, die Anstrengung wurde zu viel für ihn. Er brach abermals zusammen. Man trug ihn nach Hause und im Laufe des Nachmittags stand Georg vor einem Sterbenden. Kurz vor dem Tod flackerte das Bewusstsein des Kranken noch einmal auf. Er sah den hilflosen Sohn, den man an sein Bett geschoben hatte, und den Freund daneben. War es nicht eine große Zumutung, den klugen Mann derart an den Schwachsinnigen zu ketten, nur um der Freundschaft willen? »Georg«, murmelte er mühsam, das Sprechen fiel ihm schwer, »führst du es denn auch aus?« Georg verstand, worum es sich handelte. Er wiederholte sein Versprechen und sein Blick begegnete dem des Freundes. Und was dessen Seele in Zeiten der Gesundheit nicht gesehen hatte, jetzt, da sie heraustrat, um ihren Flug zu nehmen, las sie es. »Georg«, rief es in wundem, wehem Schrei von einem, der weiß, dass er von dem, den er liebt, dem er jeden Schmerz ersparen wollte, das Schwerste gefordert hat. Da sah ihn Georg mit den lieben, warmen, braunen Augen an, die er von seinem Vater geerbt hatte. Wer sprach denn noch von Opfern? Es war ein freudiges Schenken nach dem Vorbild dessen, der sich selbst für uns gegeben hat. Des Freundes Kopf sank nach hinten, der Atem stockte und über sein Gesicht ging ein Leuchten der Freude. Zwanzig Jahre pflegte Georg den Sohn des Freundes. Als Mar starb, war Georg bereits ein alter Mann geworden. Seine schon heranwachsenden Neffen und Nichten kamen und ließen sich von ihm seltsame Geschichten aus fernen Ländern erzählen und lachten ein bisschen über die Wunderlichkeiten des alten Onkels. Zeitweilig saß er am Webstuhl, denn er brachte das Untätigsein nach dem langen, geschäftigen Leben nicht fertig. Eines Tages fand man ihn auf der Webebank tot über den Webebaum gesunken. Der junge Pfarrer, der den Mann nur wenig gekannt hatte, sagte von ihm in der Traueransprache, die nach der Sitte des Ortes in der Kirche gehalten wurde, er sei ein schlichter Weber gewesen, der kaum über die Ortsgrenze hinausgekommen sei und mit seinem bescheidenen Sinn wenig Wünsche an das Leben gehabt habe. Die Sonnenstrahlen, die das Orgelgehäuse beschienen, lächelten darüber und der auf den hellen Steinplatten liegende Schatten des aus Rosenholz geschnittenen Kreuzes zitterte, als ob jemand unsichtbar über ihn schreite. Ist es nicht ein alterfreundlich dreinblickender Herr? Gleich wird er sagen, da hast du einen, der sein Leben verschenkt hat.